Ich meine, es ist sehr kinderfreundlich, dieser ganze Betrieb, ne? Das muss man mal... Dieser jetzt. Die roten Hosen, ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist ja nicht grundsätzlich... Was hast du gedacht? Nee, ich dachte, die Schauspielerei ist sehr kinderfreundlich, weil da muss man sagen, definitiv nicht. Die Produktion ist ja familienfreundlich. Nicht nur auf dem Bildschirm als Serie, sondern auch in echt, ne? Du hattest deine Tochter auch schon mal dabei? Ja, die ist damit aufgerufen. Dauerprogramm eigentlich, ne? Also oft. Ja, ich hab natürlich richtig in meiner Garderobe sozusagen, die war früher Kinderzimmer statt Garderobe, also mehr Kinderzimmer als Garderobe.